silva ist am start wir gehen in den übungskampf der macht auf jeden fall sinn für uns kämpfe er macht richtig sinn für uns wir haben durch unseren ausdauern kampf gewonnen der sehr sehr effektiv gelaufen ist eigentlich in der letzten folge und ich denke die ausdauern zu kriegen ist das nächste ziel was wir haben sollten damit die regeneration schneller stattfindet den kicken wir jetzt leider nicht um wir hatten aber schon mal 55 jene beim letzten mal er passt die drei punkte nehmen wir mit kampf anmelden auf jeden fall wie die steaks mit was schon mal hier neben neben den tag keine besichter was machen wir mit unserem geld eigentlich wir können jetzt großartig kaufen dann kaufen wir andere sachen energy drinks hier dass wir nicht so viel geld mit uns rumschleppen so unsere verletzung geht noch drei tage sehr ärgerlich wir gehen mal kurz ins camp und vielleicht hat der noch mal arbeit für uns hier bei denen etwas geld wir müssen noch ein paar tage warten na gut das war das hier noch mal gewesen ja so hier ja kaffee der hier so dann ab ins ausdauertraining leider noch nicht effektiv genug weil unsere verletzung ist ja er möchte nicht da müssen wir arbeiten gehen wenn du das nicht machen willst lager und stopp lagerhaus können wir aktuell ja nichts machen da oben sind wir fertig oder kommen wir was machen hätte ich nicht mehr gesicht verbrannt er sagt immer gleiche sportgeschäft ist nicht wahr sind wir durch mix büro geht nicht supermarkt geht nicht mucki bude ist auch nichts gut dann gehen wir einfach nur geld verdienen würde ich sagen in der kaffeterie hängel du siehst ja furchtbar aus was ist passiert ist nur ein kratzer nicht der rede werde ich habe immer noch die macht von grayskull was was immer du sagst junge die wurden dann sie trotzdem ziemlich gefährlich ich würde mir das mal von wo finde ich jemanden gibt es echten arzt versuch es mal in china town der doktor da ist bekannt für seine heilkräfte und seine reiss schnapps danke casey vielleicht sollte ich da wirklich mal hin kein problem jungen pass auf dich auf feuer farm aber pizza liefere pizza fragen nach der pizza spezial so beliebt ja das ist den speziellen indischen gewürzen für meine stammkunden mache ich bitte mit extra gewürzen willst du mal probieren nein nächstes mal jetzt ist doch nicht gut wir liefern trotzdem welche aus auch wenn sie nicht gut ist meine verletzung muss weg ausdauern muss hoch sind die nächsten ziele für unser ob wie sie direkt wieder runter geht ist auch nicht zu fassen wir sollten die verletzungen loswerden war sind jetzt eben müde ich sehe es scheinertauern ja gehen wir gleich mal hin wir können auch direkt hin dann haben wir eine wunde verletzung einen tag früher los drunk master der dranken master ist ja der mega hammer ich habe mich verletzt kannst du mir helfen klar ich kenne ein paar alte zauber sprüche aber ich brauche erst ein wort bestimmte zu starten mit akkunden kannst du alle verletzungen heilen lassen ja okay einmal machen wir es ja danke ich kann nur raten einen helm zu tragen aber trotzdem ganz nett was macht er hier rennt immer gegen den gegen so das heißt wir können den nächsten kampf voll nehmen er kommt jetzt schon ausdauer können wir leider nicht noch mal hoch ziehen das ist richtig ärgerlich gerade es passt mir gerade gar nicht die austauschung wieder so runter gerannt ist diese verletzung war halt nicht gut ja heute sollte ich mit weit dem müssen wir nicht nehmen dann können wir unser ausdauer doch noch mal trainieren die muss auf 9 unbedingt dann können wir sie glaube ich halten das heißt wir können eigentlich hier ein gammel bürger nehmen weil wir haben sowieso zeit wir haben sowieso zeit und machen die hälfte kommen wollte schon sagen stimmung muss hoch fließen jetzt hier muss richtig hoch schießen ja wir wollen den kampf nicht nehmen die stimmung runter geht mit diesem scheiß bürger ist natürlich nicht so gut die gesundheit wäre gar nicht so schlimm wenn wir noch aussetzen können und ab aufs laufband die sechs muss erst mal wieder her ärgerlich dass sie auch wieder weg ist auf 9 zu kommen wird absoluter hara kiri zumal wir nur das großartig haben diese beiden das geht auch noch auf stärk was anderes können wir großartig nicht machen heute ist anfänger liga ja nehmen wir gerne mit aber diese gesundheit aber wenn man gleich was essen müsste es reichen sechs die gehen gerade schon wieder runter oder die ausdauer sind ja nur die sind viel zu schnell hier die ausdauer pumpen ich schon auf zwei runter auf drei war ja ok gewesen trainieren 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 heißt das jetzt obwohl ausdauer hoch wenn aber gleich hunger haben drei ist okay das heißt wir können jetzt einen richtig guten kampf gehen das ist auch eine ordnung vielleicht kriegen wir es ja gleich auf sieben in den nächsten zwei tagen dann schmeckt sogar noch schlimmer wollen wir gleich zwei essen komm das war der geiz und ab rein in den kampf lenny moskowitz der wird ja ein lecker schmecker hier obwohl er echt wenn der angriff deines gegners erfolgreich getroffen wird erhöht sich vorübergehend deine stärke okay bin gespannt den wir trotzdem abfrühstücken hier oder er hat 77 das heißt er ist minimal im vorteil bei der energie passt mir gar nicht warum eigentlich warum verlieren wir denn so viel energie und er nicht sollte man das wieder rausnehmen verursacht mehr schaden bei gleichen energiekosten ja ich bin aber der meinung kostet weniger energie weil kostet doch sieben und das kostet vier er geht aber dadurch schneller wird die energiekosten ich bin der meinung das ist so rum besser 45 hat er gut jetzt ist ein schlechter vergleich das heißt er wird in den kampf verlieren er wieder nur durch unsere energie passt mir nicht warum das so ist ich kriege ihn nicht runtergehauen er hat 55 aktuell einmal unten bist kommst du nicht mehr raus kommst du nicht mehr raus ist der aus der nummer keine chance kommen wir nicht raus können wir noch so eine gute regeneration haben von energie 16,9 er ist bei 24 obwohl wenn er hier schneller umfällt hätten wir Glück 1 das war richtig glücklich 7 punkte das war richtig glücklich hergert zum dritten platz in der ordnpfängerliga wenn man dir zuschaut sieht das so leicht aus danke das ist irgendwie aufgeregt aus was ist los ach es geht um meine schulden ich hole dem don hier einen haufen geld geld don wo bist du hier reingeraten es geht hier ums kämpfen nicht ums geld ich weiß aber ich brauche unbedingt geld vielleicht kannst du mir helfen kannst du vielleicht in der dritten runde ein kleines dickerchen machen lass mich in ruhe und sei froh dass ich dir nicht die 10er ausschauen gerade eine karriere aufzubauen ich kann das nicht tun vielleicht kann ich dir auf eine andere ja genau vielleicht gibt es einen weg daraus zu kommen du könntest zu Mick gehen und ihm alles erzählen vielleicht hat er eine idee Zeit Mick zu besuchen jetzt lohnt sich der Besuch bei Mick doch mal so siehst du aus als hättest du Probleme Champ es ist selber schuld einem gangster geld hat mich um hilfe gebeten er will dass ich einen kampf verliere das hat er auch vor langer zeit mal gemacht er war mal schimpf weißt du und dann hat er alles verloren sie war mal mein lehrling als er aufhörte seinem traum zu folgen und die liga verließ muss er die medaille zurückgeben deine medaille ich habe die medaille nach dem tod deines vaters an mich genommen du warst damals noch zu klein in den richtigen händen kann es fantastische dinge verbringen niemand weiß wo diese medaille herkommt ist das eine schlange drache drache oder als sie vermag endlich macht wird ihr träger zu erwecken seit uralten zeiten gab es leute die sie in sicherheit verwahrt haben die jahre vergingen die verwahrer verwechselten wechselten stetig vor mehr als 20 jahren schworen dein vater und drei seiner freunde die medaille zu beschützen ich war einer von ihnen wir nannten uns den punch club der rote kronkorken war unser geheimes zeichen sie gehört den punch club dies ein mächtiges artefakt und ich habe den fehler gemacht die silber zu gehen es ist dein recht sie zu besitzen artefakt das ist komisch ich sollte selber wohl bitten es mir zurück zu geben wenn es meins ist verdammt silver silver die medaille die du besitzt wo wo ist sie mit hat mir alles erzählt ich wusste schon immer dass dies hier passieren würde ich habe das medaillon nicht ich habe es dann gegeben um meine schulden zu begleichen du hast diesen verbrecher ein magisches artefakt geben was stimmt mit dem ich ich wusste nicht was ich tun sollte er hat gesagt er würde mich umbringen und meine familie auch berühre dich dann sollte ich wohl dann einen besuch abstatten auf geht's zu doll ja machen wir gleich vorher gibt es mir noch diesen punkt für 15 dollar oder zwei punkte in dem fall sogar ich hätte vorher gerne meinen neuen ausdauer bevor ich hier einen großen ritter wage unbedingt das gefühl sonst werde ich nicht lange durchhalten da wird der don sein ok supermarkt holen wir zum neues fleisch ich brauche neues geld sich gerade ich versuche mal den ritt hier ist sowas für mich ja ist zeit ein honi zu verdienen ok wo ist mein werkzeug was kommt honi leicht verdienter honi ist wirklich leicht verdienter vielen dank ausdauertraining weiter geht es mit ausdauertraining ist wichtiger gerade wie kann man auch nicht voll schade das muss gefördert werden ich würde gerne erst die neuen haben bevor ich zum tonnen gehe so ein persönliches ziel ja ich wurde nicht so schnell hier wenn ich das sehe so wird das nix so wird das wirklich wirklich nix sollte ich vielleicht doch zum tonnen gehen morgen ist nächster kampf in der ultimate fight liga könnte ich vielleicht schaffen oder ich verletze mich wieder das ist wieder alles weg wir können ja mal hingehen oder lass uns mal hingehen schauen cafeteria mit dem bus ein donuts hallo dort nach der sitze ja der don was er wirklich hier don der pate hey silver hat mich geschickt er sagt du besitzt etwas das ich brauche das sind dann getroffen wirklich nun ich habe diesen gegenstand aber ich habe selbst pläne dafür kann ich irgendwas dafür anbieten mal sehen vielleicht du bist ein kämpfer richtig es wird bald einen großen kampf geben du könntest teilnehmen und wenn ich gewinne gibst du mir das gibt es mir natürlich das einzige problem ist du solltest eine profi karte haben um teilzunehmen aber ich habe diese karte noch nicht das ist schade mein sohn dann geh den weg und komm mit der karte zurück eine profi karte okay dann war es ja doch der richtige weg dass wir erst mal zu ihm gegangen sind war können wir nicht mehr kämpfen würde ich sagen dass uns ein bisschen geld mitnehmen wenn wir schon mal hier oben sind stärke ist okay näher außer auch noch besser sie durch nehmen wir den ultimate kampf oder nicht danach sind wir wieder verletzt wir nehmen den ja machen wir wir nehmen gleich mit dem ist noch ein bisschen kohle hier als ich wieder runter jetzt kommen keine verbrechen mehr oder ich einmal besiegt den verbrecher seitdem kann wir nicht mehr als folgen kühlschrank hier gut wir können ja mal ein nehmen hier kann auch so nehmen wir kräuter das gleich beides hoch und der fleischkonsum so dann gibt es mal diesen kampf ist schon mal über klarkommen 368 368 er ist ein bisschen besser wie ich dann hat man schon bei louis das stimmt dass unsere energie sony die brüche haben von energie punkten mehr aber sie haben es besser geläuft erst bei 77 energie er wird sich schneller wieder auffüllen denke ich nach 48 34 23 jetzt wieder bei 41 das ist bei jena 8 schienen ist es ist unsere umso mehr rund umso umso mehr vorteile wird er haben außer gibt jetzt endlich was den latschen 4 das gibt es nicht er war mehrmals an der null dran mehrmals und ich bin jetzt erst ich kippe er um 7 4 2 4 8 6 9 es gibt es nicht so oft an der grenze gewesen er kippt nicht um mit dem wasser schon wieder das heißt den kampf können wir noch nicht nehmen den gewinnen wir nicht wenn uns gleich wieder verletzen denke ich das heißt wir gehen uns direkt wieder heilen 20 dollar und zwei sind neuer effekt gebrochener arm gehen uns gleich heilen beim doktor das geld haben wir ja aktuell kommt drunken master ich hoffe es wird nicht teurer die 70 waren ok vielleicht kein paar alte zaubersprüche 70 bleibt sehr gut der arm ist wieder wie neu so wir gehen erstmal in die mücke vielleicht kann man den talent punkt holen junges kampf sehr gut danach nehme auch so training 9 die neue muss dringend kommen aber wenn er nur schlapp ist und k.o.s dann können wir uns natürlich sparen wir haben fast um hier auf dem guten weg gehen um zu hauen ja obwohl ich bei 55 meine ich war mir schon einmal sieht aber ganz gut aus drei talent punkte das wäre denn der nächste schritt hier weil nicht unter 13 das ist natürlich mega weil nicht unter 13 könnte man sich durchaus mal überlegen ob man das macht möchtest du wieder trainieren jetzt ja sehr gut geh auf 7 ich möchte jetzt eine 7 sehen heute doch okay schade ich dachte wir können heute mal durchziehen mit dem training hier die 7 schaffen wir noch nicht schade eigentlich oder ja ganz knapp davor ganz knapp davor aber das könnte mit den liegestützen reichen dass wir auf sieben erst mal kommen bei 7 gehen wir sofort in den kampf natürlich wo wir können die liegestütze eigentlich durchpumpen lassen die drei ist auch okay für uns 7 jawohl für den übungsgeil für den amateurkampf sollte es auf jeden fall möglich sein mit ihrer drei zu gewinnen das sieht doch gut aus hier ja ist okay voll durch trainiert in den kampf gegen gordon den hatten wir auch schon mal haben auch richtig auf die mütze bekommen 3 6 6 3 8 7 das sollte ihn auf jeden fall beeindrucken ich gebe ihm erst bei 79 71 65 48 45 35 20 10 6 jawohl jetzt kriegen wir erst noch bei 18 jetzt nach der runde jetzt kriegen wir auf jeden fall dieser punkt bei austau war so wichtig auf 7 jetzt kriegt er richtig auf die mütze er ist nur noch am fallen und ko sehr gut ins runde 2 ko gehauen 60 dollar 11 talent punkte das ist meine ansage dann können wir ja direkt den auch noch nehmen hier oder warum dürfen wir nicht achso wir müssen jetzt auf 13 kommen 13 da müssen wir ja was wir zu tun haben trainieren bis zum abkotzen trainieren bis zum abkotzen jetzt ich nehme ein energy drink weil rein und rein weil wenn ich gerade hier eine volle leiste die würde ich gern nutzen zum trainieren ich hoffe er will jetzt noch trainieren war nicht viel aber immerhin die wir noch mal im punching ball da ziehen wir beide nämlich gleich hoch der trainiert ja auch alle drei der auch drei mit der stärke müssen natürlich wieder aufpassen ja dann gehst du punching ball ich hoffe da hast du voll ihren ball zieh durch das sieht gut aus ob es gleich runter gibt morgens der nächste ultimate kampf verlieren wir nur wieder lieber nicht wohl wir müssen eigentlich nehmen die 70 dollar kriegen auf jeden fall zusammen für eine verletzung zu reinigen ich glaube wir müssen eben den kampf oder kann ja ordentlich aufpushen was müssen wir hier kommen 9 ich glaube ja nee 13 11 13 ich weiß es gar nicht mehr stand im tablet talento talent baum drin blüpp blüpp war nicht gut ist immer es war 387 ist schon mega gut okay dann immer gleich den schlaf mit müssen wir ja jetzt noch ein bisschen laufen sehr gut kann ich durch trainiert was immer die energie somit glaube es lohnt sich sie mal durch hier hat volle stimmung hier können wir richtig training sammeln ja kriegen wir den nämlich noch auf 9 das wäre ganz wichtig da kann er eigentlich kann er nicht mehr darunter fallen hier war glaube ich 13 mal richtig hoch heute ist kampf ja ich sehe es gleich noch mal den punching ball ja, Punching Ball Kampf heute noch? ich glaube ja es ist ja der heutige tag haben wir ja nicht mehr geschlafen wir ziehen jetzt durch mit energie drinks okay und dann gleich nochmal liegestütze machen liegestütze einfach Power, Power, Power wenn man doch im normalen Leben so trainieren könnte das ist schon der Hammer wir brauchen hier ist die 9 ist wahrscheinlich das erste was wir realisieren werden wir dürfen den Tag nicht verpassen wir den Kampf haben wir auf jeden Fall mitnehmen äh, kriegen wir den Punching Ball noch auf 9? kriegen wir noch auf 9, oder? oh, neuer Rekord okay okay, okay, jetzt nehmen wir den Kampf mit ach, das ist ein Ultimate-Kampf könnten wir aber eigentlich probieren wir machen das mal gegen Louis nochmal 3, 9, 7, 3, 6, 8 ich bin gespannt ich bin gespannt ich glaube jetzt fällt er nämlich mal auf die Nase 65 57 47 39 ja, sieht gut aus 26 das macht schon einen Unterschied 22 er fällt nicht das ist natürlich ärgerlich ich hätte ihn keinen Fall nur gesehen 30 22 wirkt echt knapp 8 3 jawohl, das war wichtig jetzt habe ich ihn jetzt habe ich ihn was das für einen Unterschied macht, ne? das Energy Drinks haben wir uns noch im Training durchgezogen durchgezogen eigentlich wir werden uns gleich noch mal ein bisschen arbeiten gehen und um uns noch ein paar Energy Drinks zu kaufen und dann durch zu trainieren komm, hauen um bam alles bam jawohl Louis am Boden Ultimate Fight 40 Dollar nehmen wir gerne mit 2 Talentpunkte gelbe Zone geschafft auweih jetzt wird es richtig schwierig ist das gut? mehr Schädel für den Schädelthron erreiche die rote Zone wow das macht mir Angst ey weißt du du bist hier ziemlich erfolgreich darum will ich dir was raten verraten schieß los also diese Liga und ihre Kämpfer sind das Eigentum von Don und er sucht sich die besten Kämpfer aus und was macht er mit ihnen? das kannst du ihn persönlich fragen Don will dich sehen so weit wie möglich oh oh so äh warte 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 wir haben 9 Talent Punkt aber wir können ja gar nicht ne wir können nicht 13 war es okay das ist ja mega hart Don will uns sehen hat er gesagt eben richtig Geld gewonnen gerade wir gehen nochmal in den Supermarkt kauf nochmal fett ein hier bam 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 plus Energy Drinks jawohl die 40 sind okay die halten wir zu Beginn nochmal kurz zu ihm hier vielleicht hat er direkt nochmal einen Auftrag für uns oh vielleicht nochmal ein 100er geschenkt hier dankeschön danke vielen Dank den nehmen wir doch gerne mit coole Lederjacke hier die 100 Dollar nehmen wir doch gerne mit hier so das heißt essen und trainieren Energy bringt 10 2 genau wir nehmen mal ein Fleisch 2 Energies noch 2 Energies noch 2 Energies mega viel Energies so zack trainieren ab aufs Laufband kommt die 9 wollen wir haben jetzt gehen wir erstmal auf die 8 das sieht sehr gut aus unschlagbar gerade dann werden wir dann werden wir wahrscheinlich nochmal einen Hub machen einen Schub besser gesagt heute ist der Mathe Kampf okay na warte mal noch sind wir schon mit 1 gefallen hier das ist echt ein Lauf mit der Zeit hier den hauen wir gleich noch hoch ja Punching Ball kurz vor 8 sind wir bei Ausdauer woher haben wir gar nicht so viel beim Punching Ball schade eigentlich muss man gleich nochmal Liegestütze machen hier auf 9 wieder hoch hier zack jawohl und Liegestütze das ist glaube ich gar nicht gut irgendwas fehlt da aber ist nichts gefallen vielleicht auch Minimalwert aber keine Stufe gehen wir jetzt auf 8 eine Stufe noch eine einzige Stufe noch und hier müssen wir 13 ist schon mega hoch wir müssen auf den Tag hier achten und da die neuen haben wir schon mal super so da kommen die nehmen wir noch mal kurz mit jetzt wird er gleich Hunger haben oder gehen wir vorher fighten so geht's ab in den Kampf nochmal ging 3,9,8 ich glaube wir werden ihn zerfleischen das bei 3,69 61 ja wir sind gerade so überlegen gerade im Dauertraining 191 hier oben gerade zu stehen wir müssen nur den Weg finden das jetzt halten zu können komm komm leg dich hin keine Chance für dich hier bleib am besten liegen das wird dir nichts bringen 38 Punkte letzte Runde knockout gehauen in Runde 3 bam so muss das sein 60 Dollar den nehmen wir gerne mit und 10 Talentpunkte so muss das sein anmelden den können wir sowieso gerade nicht in Übungskampf nehmen wir gerne noch mit wahrscheinlich raum ihn direkt auch nochmal zu Brei hier gucken was jetzt über ihn rauskommt sieht gut aus haben wir wieder ein Stück mehr weg wollen wir mal 66 das geht ja jetzt mal auf die Bretter das Silber dafür dass er mein Amulett gestohlen hat boah wir hauen ihn fast um wir hauen ihn um 9 ganz knapp ganz knapp drei Pünktchen für uns 50 was haben wir aktuell 25 ist wir können sogar was anderes nehmen das aber gerade keinen Sinn da geben würde ne Dauerbrenner ne stopp sind hier falsch er hat die Chance eine Angriffsphase zu überspringen und Energie zu regenerieren sehe ich vielleicht auch als notwendig aber ich finde die anderen irgendwie gerade besser Stäbchen zu ja das hätten wir schon viel früher machen müssen unbedingt ich klicke jetzt da müssen wir sowieso noch hin jetzt gehen wir als nächstes das wir müssen ja sowieso diesen Weg so ich würde sagen wir nehmen uns noch mal ein bisschen was mit hier siehst heute besonders stark aus jetzt nehmen wir mit und energies sehr gut können wir nochmal durch trainieren perfekt wir gehen gar nicht mehr schlafen wer braucht schon Schlaf ein Fleisch und eins zwei drei vier nehmen wir einfach mal muss eigentlich fast passen ein Stück Fleisch könnten wir noch nehmen machen wir auch und zack Training ich weiß gar nicht wo wir stehen geblieben waren hier brauchen wir besser die neuen schaffen ne ok sehe ich schon ich gehe erstmal das andere machen das Beide ist nicht so gut er möchte gerade alles nicht machen morgen Ultimate Fight den können wir natürlich auch mitnehmen er möchte alles gerade nicht so richtig hier wir könnten natürlich noch den Hook hier machen oder wie der heißt weil er natürlich mehr auf Stärke gehen wird ah ist alles nicht mehr so gut gerade wir brauchen hier die neuen erstmal die wollen wir sicher halten dauert aber noch ein bisschen ja bringt gerade nicht so viel vielleicht sollten wir doch mal pennen ich will aber vorher diese neuen unbedingt haben komm zieh doch mal durch ja Junge diese neuen wird echt hart ich das so sehe die wird echt hart vorher schaffen wir wahrscheinlich diese 13 obwohl ja klar wir haben jetzt gerade ein Skill das mal 15% mehr machen ist klar der Ultimate Fight wird auch so mega gleich 9 und 8 zieh durch trainieren des Todes hier ja sieht gut aus ich meine da könnte man dann wahrscheinlich auch den vierten Stärkepunkt schon fast vertragen heute ist Ultimate Fight hm schaffen wir noch einen Punkt ne schaffen wir glaube ich nicht mehr glaube ich schaffen wir nicht mehr aber wir werden es versuchen 13 und 9 ist das Ziel hier erstmal trainieren wie ein Wilder fehlt eigentlich diese Rocky Eye aus der Tiger Musik fehlt jetzt gerade hier komm schon komm schon zack wie er da noch rein schlürft jetzt hat er Hunger dann nehmen wir jetzt den Kampf zieh durch was Mr. Blackstreet gegen 2 jetzt oder wie 5, 4, 7 ich bin gespannt was da kommt das heißt er wird sich wahrscheinlich einmischen hier oder oder müssen wir beide platt machen oh mein Energie er hat 19 komm ich nochmal raus er hat jetzt 22 wie 28 das ist noch nicht vorbei er sieht nicht gut aus hier gerade komm mal hauen nochmal um ey der ist immer kurz davor 22 ist er ich frage mich wo der Typ da im Hintergrund steht nicht dass er danach noch in den Ring kommt ja endlich fällt der Oma um jetzt fangen wir wieder um das ist echt knapper Kampf hier auf Augenhöhe würde ich sagen jetzt kriegen wir ihn 15 hat er noch am Ende dann doch nochmal entscheidend aber das war knapp das hätte man genauso verlieren können was spielt er jetzt für eine Rolle hier du gewinnst ja und jetzt noch gegen ihn 3, 4, 6 boah das ist ja mega hart das ist ja echt unfair ne da haben wir schon nur 80 HP hier das ist ja wirklich wirklich unfair er ist gerade bei 30 Energie dann mal sehen wir ziehen ihn ey wir ziehen ihn super schnell runter hier den Jungen und er fällt den kriegen wir auch noch den kriegen wir so viel HP wie er schon verloren hat ist jetzt bei 22 Energie und fällt 50 HP jawohl wir schaffen die beide ne 1 gegen 2 gewonnen hier gegen Fred Gattel ja auch noch und 7 HP gleich 8 HP mega Kampf 150 Dollar und 7 Talentpunkte die nehmen wir doch gerne mit ey wir können sowieso noch nicht wir werden uns aber auf diesem Weg über den wir uns hier gerade machen nochmal hier bedienen ja und Energy Drink auch nochmal mitnehmen wir werden nochmal zu Mick gehen äh nicht zu Mick zu Silver den Kampf ja komm Übungs Übungs Kampf ist okay wir haben zwar viel verloren aber es ist okay ich gebe ihm die Punkte mitnehmen er kriegt einiges hier ab ne gerade noch so ein Ding gekriegt hier da ach so ist der Energieabzug das ist teurer ist glaube ich ne Energieabzug das hier Energiekosten aber wir schaffen diesmal nicht wohin haben wir weiter gehabt trotzdem die drei Punkte nehmen wir gerne mit geht gleich los ich glaube wir müssen uns mal so ein Schläfchen gönnen oder ist vielleicht ganz gut wir gönnen jetzt mal ein Schläfchen einfach nur damit wir wieder trainieren können das wird jetzt richtig wieder fallen das ärgert mich natürlich richtig das ärgert mich richtig gleich was da kommen wird 9,8 wohl noch steht's noch steht's obwohl es ist gar nicht runtergegangen dann zieh durch das war nicht ganz voll aber ist okay wir brauchen die Ausdauer auf 9 hopp 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 nächster Kampf kommt heute haben wir eine Empfängerliga ich würde gerne noch den 9. Punkt haben hier ah ist es wieder runtergegangen klar sehe ich doch neuer Tag voll runtergegangen nicht schimpfen weiter machen die 9 schaffen wir noch bei Ausdauer klar hier kriegen wir volles Programm gerade Geschick rein sehr sehr gut 11 war das noch oder 13 habe ich wieder vergessen wir kriegen den 9. Punkt nicht mehr das sehe ich aber wir kriegen den 10. noch oh Geschick läuft gerade richtig gut Geschick läuft gerade richtig gut die geht's auf 10 und Liegestütz äh Ausdauer nicht vergessen sehr gut wir brauchen den 9. Punkt damit wir den festigen können wir können auch einiges pumpen hier ne ist überall noch voll er kennt glaube ich noch stundenlang Liegestütz wir müssen aber kämpfen gegen Mr. Kekuse wer ist Mr. Kekuse kennt keinen Mensch nicht mehr nicht mehr